. 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 Double... Und nochmal 1. Zum Stellen... Zehn... Domenico auch anbieten, nicht taschen bleiben. Komm bis hier vor. Kommt leicht raus. Zum Ball. Lauf mit der Ossi, komm! Nur auf. Breit machen das Spiel. Dominik, zurück. Breit, lauf ein bisschen zurück. Den sicheren, breit machen. Und zurück. Treiben, treiben. Komm, wo ist der Rat? Hinterher. Rechte Seite muss mitmachen, denn? Start. Robin, hier in Frame. Schieß! Und hoch. Jawohl! Ganz stark gespielt. Marleen! Marleen! Die Aus müssen laufen! Dauer nicht! Paul, anbieten! Weg vom Mann! Dauer, das ist zu früh, das ist zu offensichtlich. Dominik, gehen vor! Laufe dir! Gehen vor, Dominik! Zustell! Ja, ich hab's doch. Johanna! Ich krieg da hin. Mauerlecht, das ist ein Stück. Zustellen, 1, 2. Nicht einmal. Ja, nicht einmal. Nicht einmal, nicht einmal. Mal lesen Zustellen vor den Mann. Aber hier steht beide so. Und hier mit. Freilaufen, anbieten. Einer. Komm, Kastin, komm! Abschluss! Komm, Kastin! Und spielen! Schade. Gut. Und wieder raus. Und jetzt! Breitmachen! Hintermann! Jawoll! Kommt die Deva sehr gut! Gleichzustellen, Franker! Ruhig, Kastin, ruhig! Ruhig! Helfen! Und Abbruch! Komm zurück wieder, Kastin! Hau weiter, Luisa! Jawoll! Sehr schön! Und der Gegenspieler weg! Weg vom Gegenspieler fernhalten! Einer breit! Sieben! Hedemann! Drinnen in der Mitte! Zeit machen! Johanna! Wurzeln ran! Deine! Lauf weg! Komm, komm, komm! Bleib dran, Robben! Da, du komm! Hey! Nur deiner, Kerstin! Ja, ist bei denen anders. Sie spielen nicht mehr. Sie kommen zurück. Laura nach vorne! Franka nach vorne! Marleen nach vorne! Hey! Umdrehen! Mit Machen! Rennen! Und nach vorne tiefen! Jawoll! Mitmachen! Und mitmachen! Weiter! Komm, Kerstin! Jawoll, Kerstin! So will ich das sehen! Komm, Laura, komm! Mitmachen! Abbrengt! Abbrengt! Dario, ey! Außen! Außen werden nicht besetzt! Dario, die Achte ist deiner. Ja! Doch, wieder kein Tor verdammt! So, komm, geh! Weitmachen! Anbieten! Jawoll! Geh mit vor! Geh mit vor! Süderen Ball spielen! Geh mit vor! Jawoll! Laura, unterstützen! Geh mit vor! Feuer! Jawoll! Ja, schade! War gut! Geh mit vor! Ziele! Herzlichen Leiner! Achtung! Franka, kommst du kurz? Hey, hey, hey! Mittelfeld! Richtung! Kerstin, bleib doch da! Jawoll! Und jetzt mitmachen! Elvin, ran! Oh, nicht so lange! Achtung! Ja! Einer, einer, einer! Und jetzt abdrehen! Kerstin! 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 Anbieten! Anbieten! Wo soll denn hin damit? Kerstin! Und hoch! Kerstin! 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 Jawoll! Jawoll! Ganz stark! Das haben sie gut gemacht! Zurück! Nicht stürzen, nicht stürzen! Paul, hier hinten rum! Anbieten! Laura, vor Torwart! Ist das jetzt direkt oder indirekt bei euch? Ina, da bleib mal! Ja, so ein bisschen! Torwart! Mach das Spiel breit wieder außen! Sicher! Hintermann, komm! Komm, Noel! Nicht stehen bleiben! Spiel mit dem Torwart! Genau! Hussein, hier! Zurück! Ina, komm! Nichts Mittellinie! Nichts Mittellinie! Nichts Mittellinie! Da außen spielt! So, Hussein anbieten! Ja! Jawoll! Schön gemacht! Äh, Kerstin! Guck mal hier! Bei Einwurfen dicht dran stehen! Jene Möglichkeit geben! Jawoll! Schön, Johanna! Schön, Johanna! Jawoll, Johanna! Aber war richtig! Schön gesehen! Hier mit gleich! Gleich mit! Jawoll! Schlaf! Hey! Achbleiben! Du musst auf viele Situationen reagieren! Mann, schlaf! Änderung! Robin! Nur deiner! Komm! Schön! Heiß auf! Super! Hier! Nicht, Laura! Nicht! Bisschen helfen! Bisschen helfen hinten! Boah! Auf! Ohe! Komm mal! Rainbow! Stecken! Abschluss! Philipp, bleib! Komm mal hier ein Stück! Komm, Kerstin! Ach schon! Sicheren! Stark! Feuer! Philipp! Jawoll! Mit Schwester? Ja, mit Schwester! Na ja, komm! Also bis auf dem Nachhinein! Ihr müsst da Philipp bitte helfen! Die Philipp hat da hinten zwei, drei Leute! Das muss ja keiner wissen! Sagt doch keiner von Philipp, Schwester! Komm, geht drauf! Jawoll! Nein! Jawoll! Einer macht zu, der Kerstin läuft weg! Jawoll! Jawoll! Einer macht zu, der Kerstin läuft weg! Ja, Laura! Ja, Laura! Dann geh mal hinten! Nee! Der ist nicht so dicht dran! Okay! Helfen! Hinten lang kosten! Hinten lang kosten! Hinten lang kosten! Du, wie gesagt! Philipp, zurück! Philipp, zurück! Philipp, zurück! Und jetzt! Philipp Hitlermann! Ganz stark. Macht nichts. Entschuldigung! Jawoll! Komm ran, Robin! Feier! Oh, schade! Komm, war gut! Und den Rückwärtsgang wieder! Prima, war gut! Ja, komm! Pause! Ja! Hey!